Laufen und das Grundgesetz, zwei völlig unterschiedliche Themen, die bei dieser Veranstaltung zusammenfinden. In Herrenberg starteten gestern Abend 54 Läufer ihren Weg zum Berliner Brandenburger Tor. Ihre Mission, unterwegs Fotos machen, die die 19 Grundgesetzartikel kreativ darstellen. Am Samstag wollen sie Berlin erreicht haben. Ihre Fotos werden dann nächstes Jahr in einer Ausstellung an der Uni Tübingen präsentiert. Mit der Aktion soll ein Zeichen für die Demokratie und das Grundgesetz gesetzt werden.